Was? Was? 2, 3, 1! Hey, hey, hey! Weißt du, das ist richtig? Ich zeige gerade deutsche Musik. Deutsche Musik? Ja, von Reezy und von Luciano und so. So wie sind wir auch immer aus dem Weg? Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. 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 Hi. Schmerz? 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 Was hörst du gerade? Hast du die ganze Zeit was gesagt? Was hörst du gerade, ja? Wie heißt das in Englisch? Die Queens. Gott, das habe ich ja gar nicht erzählt. Hi. Ja. Guys, 1 Minute, 1 Minute left, guys. Geo-Federations. Ja. 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 Ganz geschmeidig. Hattest du dich vorgenommen? Ach, hattest du dich vorgenommen? Hattest du dich vorgenommen? Ja. 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 Danke für immer. Hi, willkommen zurück. Dankeschön, dankeschön. Heiß! 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 Danke! Ich liebe es. Ich liebe es. Heiß! 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 Wir haben jetzt schon gezeigt, wie auch viele der anderen Jungs. 5 zu 0. Klapps jetzt ins Fernsehen. Wir können die Ferner wechseln. Ja! Ja, okay. Heiß! 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 Klapps jetzt ins Fernsehen. Wir können die Ferner wechseln. Ja, okay. Auch mal an die Mitarbeiter denken hier. Heiß! 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 Schönen wir noch ein Foto machen? Schönen wir noch ein Foto machen? Ja. Foto machen nicht. Nein, nein, nein. Oh ja! Da darf ich auch mal mitfahren, oder? Komm! Boah, ich muss aber das Fahrrad sonst stehen lassen. Aber es ist gar kein Bock zuh. Ja? Kommen! 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 Haben ihr es noch nicht bekommen? Nein! Wirklich? Nein, stopp! Gut, dann komme ich noch mal. Haben wir einen Stift? Ja! Haben wir einen Stift? Nein! Nein, ich habe einen Stift! Das ist schon aber schwieriger da, he? So, sehr gerne. Sehr gut, sehr gut! Bam, 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 bam! Das war schwerer als der Training Session. Das war's für mich. Das war's für mich sehr schnell. Will man Massage? Ja, bitte. Room Nummer? Huh? Room Nummer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. 2, 3, 1. Ja, ja, ja! Das stimmt! Ja, 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 ja! Day 1, fertig. Mein Mann, Min. Ja, happy days, man. Good Session, good flight. Get showered now, have some food. Hit the main, man. See you guys! Come on, welcome. I will change the place, maybe. This is a problem. He is missing, so. Er hat drüben gewonnen, jetzt ist er hier motiviert. Vor allem, ich war weit hinten! Weit hinten und hab aufgeholt. Sorry! Ich hab ihn schnuppern lassen. Okay, du wirst schon ein bisschen hadern. Also es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht immer so, wie du auch so am liebsten bist du Kuba Schmeller und dann kann ich Kuba einfach ohne schlechtes Gewissen aus dem Stadion fliegen. So geht's. So, okay. Schön. Ach geil, ich kann das Format tatsächlich nicht. Das ist sehr gut, ey. Ja, dann bist du auch durch. Jawoll, dann sehen wir uns heute wieder zu sportlichen Aktivitäten. Sehen wir uns. Danke dir. Au revoir. Tschüss. Danke Mats. Schönen Abend. Danke gleichfalls. Ich hau mich jetzt direkt ins Bett. Lügner. Gute Nacht und bis morgen. Ich habe gestern 90 Minuten gespielt, nämlich glaube ich war. Okay, true. Ich war noch nicht wieder bereit dafür. Ich bin noch richtig in den Sack. So richtig richtig. Wir gehen nix mehr. Good night. Guten Tag liebe BVB-Fans und willkommen zum ersten BVB-Vlog hier in Bad Ragaz. Heute ist Tag 2 hier im Trainingslager und ich werde euch mit hinter die Kulissen nehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das ganze Zeit mit denen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hey, komm mal. Alles ganz normal. Alles ganz normal. Das sind ganz normal drei Leute. Von diesem Oper-Bahn, den man vollzogen hat. Das noch nicht alles so funktioniert. Das ist gar keine Lusanne. Ja, komm auch noch. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. So lucky, okay? Nah, Bro. Ich zeige gerade deutsche Musik. Deutsche Musik? Ja, von Reezy und von Luciano und so. Luciano? Ich muss da reingucken. Okay, okay. Du stehst vor den Gaggenrunnen, Lars. Mal Ritz kommen. Nah, sieh das geben. Das ist silly, man. Haus? Bereit für Training? Bist du bereit für Training? Jetzt hält dich, Bruder. Echt? Immer. Du bist so das. Du bist so das. Das. Du bist so das. Du bist so das. Oh, lass. Ja. Genau. Klapp. Das finde ich den schön auf den Aus verteidiger. Ist er schön aufgefunden. Das ist da, dass der Zeit hat gegeben. Kannst du das? German Language, der Dominar. Kannst du es erklären? Ein, zwei, Kampf. Manche, das werde ich dafür geben und nicht so frisch sein. 126, 126, ich bin ein paar Spürze. Ohne Schmerz. Habt zu uns, hat sich. Wir sehen uns. Glückwunsch! Auf den Arnie rein. Dankeschön. Tschüss, tschau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Nein! Ja! Ja! Zweite, zweite! Zweite, zweite. Zweite! Ja, gut. Ja! Oh, danke. Du bist in den Twins. Twins. Woohoo. Danke. Einar, einar. Ja, Tricks, Zack, look. Ja, best of die. Ja, best from three. Ja, the loser. The loser stays with me. Down here. The winner goes down to Flo. Ja. Best of three. Ja. 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 Give him a lot. Yeah, loser's to me. Loser's to me. One day. Come on. Hit five of those and then we just lift your arms. Out of the way. Pull your shoulders apart. We have to include the song in your video now. Schuhe und GPS haben wir uns. Jetzt haben wir es, wir haben es. Ja, das ist gut. Ja, ja. Sehr gut, Ember. Okay, wir steigern. Jetzt 70%. Jetzt 80%. Gut, Ember. So, du bist fertig gelaufen. Ah, ich dachte, eine schöne Runde. Dann schau auf mit uns trinken, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Bei der Wärme, bei der Hitze. Alles gut, Ember. Sehr gut, komm, komm, komm. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sehr gut, komm. Wie ist das? Oh, das ist das? Das ist das. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. denn es gibt noch neue Spieler, ich bin der erste. Es gibt eine gute Schrift, ich glaube, wir wollen alle verbessern. Koffi-Machin! Koffi-Machin, schau mal! Wisst ihr, wie viele push-ups du kannst? 60? 65, mein Freund! Nein, du kannst alles machen. Alles! Wenn du hältst, bitte, oder? Jetzt, du hältst mich gerne, oder? Ja. Wichtig? Super. Boah! Ich sollte jetzt den anderen aneignen. Dieser Acker 3000. Bruder, wo der so macht, so. Ja, Acker 3000. Wie ist denn? Acker 3000 haben wir dir früher genannt. Echt? Acker, Acker 3000, Bruder. Acker. Das ist ein Mann. Das ist eine große Bedeutung. Das ist ein Mann. Das war ein Mann. Das war ein Mann. Oh, no. Win! Oh, win! Win! Ja! Oh, wow! Oh, well attached! Come on, come on! Yeah! Oh, wow! Yeah! Oh, wow! Yeah! Wir haben morgen ein Spiel. Wir haben morgen ein Spiel. Wir haben morgen ein Spiel. Das ist noch. Wir haben morgen ein Spiel. Wir haben heute ein Spiel. Wir haben heute ein Spiel. Wir haben heute ein Spiel. Alles Gute, Bruder. Wenn man eigentlich nicht durchsuchen kann, irony, проводigte das warm wird! Schweren wir mig, wenn wir wieder zu diesem Stück sauber. Trorro Ungarn wir morgen einen Tor, das ist oder gerade kann? Ja, Hallo zusammen, ich habe mich wirklich auf den heutigen Tag gefreut, hier im Trainingslager die erste Medienrunde, die Woche lief sehr gut bis gestern, ihr habt es alle mitbekommen, das Thema um Sebastian Haller. Es hat uns gestern natürlich auch schockiert, diese Nachricht übermittelt zu bekommen. Ich persönlich habe sie erfahren, ungefähr eine halbe Stunde bevor wir uns vorbereitet haben zur Abfahrt zum Spiel. Dementsprechend war es nicht leicht für uns alle, den Switch zu finden, wieder über Taktik nachzudenken, über Pressing, über Passspiel. Wir haben es trotzdem versucht, so professionell wie möglich zu gestalten, haben dann aber auch nicht vor dem Spiel mit der Mannschaft darüber gesprochen, sondern die Mannschaft dann nach dem Spiel informiert, vor dem Abendessen und jetzt bitte ich ein bisschen um Verständnis, dass es brutal schwer ist für uns. Ihr habt alle die Meldung mitbekommen, die Diagnose steht noch aus. Sebastian hat uns gestern Abend verlassen, ist heute zur weiteren Untersuchung nach Deutschland und wir drücken jetzt Sebastian und der gesamten Familie Haller die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird und ich bitte halt einfach ein bisschen um Verständnis, dass es jetzt brutal schwer ist für uns, irgendwelche Fragen in dieser Form und zu diesem Thema noch weiter zu beantworten. Ich hatte ihn noch gar nicht. Was hattest du mich noch nicht? Ich hab dir geredet. Ja. Du riechst mir auch immer aus dem Weg. Bitte? Du riechst mir auch immer aus dem Weg. Das stimmt allerdings. Ja. Warum? Das ist deine starke Aura. Ich kann auch nichts dafür, dass du mit dem Bus zurückfahren musst. Wenn du irgendwas brauchst, dann hast du meine Nummer. 1-1-0. Merkt dir das. Bad passe es. Ach, days! Die Oma hat mich noch. Ja! Ja! Ahhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhh! Warum? Fuck! Wadab, bitch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.